Dann gehts weiter mit Golf with your friends. Drei. Uhrzeit. Also, sieht geil aus. Dieses Nebkuchen, Mann. Ja, weil wir noch keiner das Minecraft haben bisher. Easy. Doch nicht. Und jetzt rolle ich wieder runter, ernsthaft. Ist jetzt Kollision an, wie immer noch nicht. Nö, immer noch nicht. Ah, lustig. Also lustig wär's. Kann man mal eine Schleife ärgern? Achso, ich bin... Achso, ich... Okay, ich bin der Einzige. Wow. Wie soll denn das gehen? Mit zwei Schlägen. Wow. Wow. Gut. Hm, hm, hm. Jetzt, 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 jetzt! Wow. Und der ist doch komplett drunter. Bin ich jetzt so einzig? Wie ist der Einzige? Ach, nee. Laf, dein Nebkuchen ist auch vorbei. Miku ist auch noch beschäftigt, wie es aussieht. Ich schaff das noch, ich schaff das noch, ich schaff das noch. Jetzt, also. Also, ich brauch ein bisschen Winderglas. Gut. Ein bisschen zu stark, aber ein wenig. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Da ist bestimmt irgendein Schutzstilz, dass ich nicht reinkomme. Ich will, dass ich verliere. Ich hab zwei Schläge gebraucht, war drin. Komm, Nico. Ach, ach, gut. Ach, fast. Aber Nico ist auch nicht geschafft, glaube ich. Wenn er es in Ordnung geschafft, wie ich. Ich bin hier... I can wait. Yay. Fängt gut an. Drücken ist leer. Ey, ich bin aber Zweiter. Noch. So, geht's hier lang. Oh, so weit. Er ist stark. Oh. Ich hab Besuch bekommen. Das war gar nicht lange, bis man wieder zurückgibt. So, jetzt bin ich... Oh, ich glitsche zum Ziel. Das sieht gut aus. Okay, das ist bei mir komplett verpackt. Hole in one. Hä, wie? Wie geht das? Ich bin hoch auf diese Mauer und dann die Mauer entlang und dann ins Loch. Das werde ich mal hier... ...packs... ...act werde. Ja. Wo muss man jemanden? Zurück. Wir können ja, bevor ihr loslegt, mit C-Freecam und dann umgucken. Oh, ich hab'm grünen Pfeil, das ist gut. Ich hab' meine Meinung geäußert. Aha. Rechts oben ist das Ziel. Rechts oben. Ich will aber links oben. Das ist auch. Ah. Okay, wenn man da jetzt reinfällt, ist das böse? Ja. Bestimmt. Oh, ist das stark? Ist das sch... 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 Oh, 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 oh. Genau, und kommt in die falsche Richtung. Weil das noch verantwortlich ist. Oh, komm, komm, komm. Ja, auch geschafft nicht. Easy. Wow. Ah, da ist was. Ja, wieder... ...dann ist die... Nee. Drei, das geht noch. Miku ist auch gerade nicht gewesen. Er hat schon... Ja, das schafft sogar der Nekoma. Das ist, weil du die falsche Farbe hast. Die geht nur bei mir gut. Gut, also ich sag, ich bin jetzt noch vierter. Aber ich glaube, ich werde den Miku beholen. Das wird leicht. Durch. Wie. Oh, zu schwach. Ja. Ähm... Hallo. Komm, guck, 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 guck. Zu stark. Manchmal muss auch mal vorsichtig sein. Nein, 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 nein. Geht. Na, wir. Wir, bei euch. Ey, geht. Das ist das... Das ist das... Das ist das... Wow. Gut, dies brauche ich noch für dieses Spiel vier Euro auszugeben. Was ich jetzt... Ach Gott, wenn der jetzt nicht runter braucht. Oh, meine... I hate you. Gut, wo bin ich gespawnt? Jetzt, komm, komm. Easy, easy. Wow. Mikrofarsch. Das war neun Schläge. Ich hab's geschafft. Game. Ist außer. Drohnen steht auf Schläge. Komm, rein, dann schau los. Go. Scheiße. Jetzt. Aber irgendwas packt er auch. So. Ist er wieder aus dem Boys raus. Ja. Du längst. Na, er ist drin. Er ist nur so still. Sehr. Ja, es gibt nur noch Minecraft zu gewinnen, aber hat noch keiner teilgenommen. Bei was? Wenn nicht, gewinn ich's gerne. Ich hab's zwar schon, aber ich gewinn's trotzdem gerne nochmal. Ah, ich hab einen losgekauft, als es funktioniert. Wie mir nicht... Ja, klar. Die haben bestimmt nichts dagegen, dass es verlost wird. Dass es verlost wird. So. So. Schreib mal Fortnite hin. Vielleicht machen wir mehr mit. Wir haben aber keinen Fortnite. Wir verarschen die einfach. Wir verarschen die einfach. Das merkt doch eh keiner. Wir verarschen die einfach, das merkt doch eh keiner. Nein. 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 Ich komm mit. Boogie. Aber besser als ihr. Oh, die Verschlechtung. Das hat er jetzt genau gesehen. Ich würde nicht wissen, dass einfach Microsoft Windows 10 Edition der komplette Müll ist Und das keiner haben will Ist das nicht diese RTX-Version oder ist das eine andere? Es ist die Version Kostet sage und schreibe 99 Euro Okay Das bedeutet, du kannst eigentlich Kann man sagen Keine Ahnung, ich habe den gesponsert bekommen Mein Name ist der Maus Ich finde mal, ey, hallo Oh, warte Scheiße Ach so, bin ich schon raus? Ich komme hierhin Ja Ja Das war ein cooler Move Du warst zwar geklitscht Ich bin dritter Oh, voll Bulle Gut, 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 gut Okay, man muss sagen WTF, das ist Nicht volle Bulle Hälfte Bulle Ach, das war mir so schwach Mein Name Wie fehlt jemand? Ist das schon mit dem Ziel? Ja, okay Aber klar Ja, mit drei Paaren Zwei Ah, die drei, oder? Ich weiß nicht, selber die Wie du gleichst nicht, wie du ausserhalb der Webbruch Erkundet die Welt Ist halt ein Survivor Kostet hier Von dem hier Goldspiel So ein Wenn man drauf machen kann Zipsch Euro in den Teil So ein Rentier Oder was das selben Ich weiß nicht, oder? Gekauft Wir müssen jetzt noch während des Streams Bisschen Werbung für, ähm Für Microsoft machen Da der Kiemen von Microsoft gesponsert ist Ja Kauf bei Microsoft nicht ein Kack-Firma Aha Geh, okay Und Ah, da hast du das Loch Perfekt Schaff ich easy Nicht Ruhe zu stark Immer wenn ich sage, dass ich es schaffe, dann schaffe ich es nicht Du musst sagen, du schaffst es nicht Boah Das klingt drin Kein Vertrauen in mein Wow Gut Ähm Oh, mit rein Er wird besser Es hat mir nicht geübt Okay Ich habe den Werbezweck erfüllt Es ist aber kein Anspruch, dass ihr die Xbox kaufen soll Das ist eine Scheißkontrolle Das ist eine Scheißkontrolle Das ist eine Scheißkontrolle So Und Werbezweck kaputt gemacht Das war zu schwach Kauft euch alle Minecraft Dungeons Geiles Game Geiles Game Viel Verhauste Ne, ne, drei Meter dann das gleiche Scheiß Boogie So, das schaffe ich jetzt nicht Ähm, ne, das schaffe ich nicht Jetzt habe ich auch einen roten Pfeil Gibt es auch nicht Hört man mich wirklich nicht Man hört dich wirklich nicht Man hört dich wirklich nicht So Andere Herbezweck Was geht bei diesem weißen Dingern da? Lass es da rausfinden Okay, wir wissen es An Arsch der Welt geschossen Was soll es darstellen? Wind nach oben Ja, aber man muss nur noch hoch Und nie sonst wohin schmeißen Ey, das macht doch nicht was das soll, oder? Hä, warum wirft es mich nicht nach hinten Jetzt wieder vorne? Wat? Ah, man knallt gegen die Wand Ah, ich hab's ja Ich verstehe die Dinger nicht Kann mir jemand helfen? Ja, die kommen ja manchmal Die ersten paar Zentimeter sind am besten Dann schmeißt die Watti hoch Und nach vorne Und der zweite Hintermann Rollt bei dir Schmeißt das und wohin? Stopp! Bleib stehen Würdest du irgendwie, wenn wir den Key nicht losbekommen Kann er ruhig in die Datenbank gehen? Ja, Gamestron hat mitgemacht Der hat's glaube ich auch nicht Ich hab auch testweise mitgemacht Aber spielen nicht Wie viele machen der jetzt derzeit mit? Nur Gamestron Ja, ist doch gut Kann jemand mal, der noch nie Microsoft spielt hat, auch mal Microsoft genießen Er hat ja bald einen neuen Rechner Ja Also Wenn ein Rechner Microsoft nicht schafft Dann sollte man sich überlegen Was man für einen hat Oh, er macht nen Tanz auf dem Wind Und jetzt wieder zurück Und jetzt wieder zurück Der benutzt heute Zeit die Minus 10 Na nie Wenn ich könnte, würde ich noch Minus 7 benutzen Ach, bin zufrieden mit Minus 10 Ich mag auch 10 Das ist jetzt nochmal Oh, ich hab grad was gehört Ich hab einen Nico gehört Versuchst zu reden Ja, Moin Nein Nein, nein, nicht roter Wow Wow So, jetzt gibt's Jetzt gibt's mal Ruhle Das ist jetzt das Oh, das war gar nicht mal so schlecht Ich hab Besuch bekommen Im hinter... Im hinterletzten Eck Oh, die roten sind vorn Ich würde auch mal gerne Minus ausprobieren Minus soll auch ganz, ganz gut sein Na ja, geht so Ich dachte mir gerade bestimmt ganz viele Feinde Oh, gerne War ich wieder der Letzte? Ja Ich bin ja ein echter Profi Nein Jetzt in der Hinter Bleib das jetzt in der Hinter Das sind bestimmt so welche Wir lassen Hecklos gewinnen Okay, wo ist das... Wo ist das... Wo ist das Loch? Ach, da ist das Loch Wenn es die Finne ist, nehmen wir hier Oh, nochmal drüber So, schaffe ich's mit fünf Schlägen Also Red, deine PN stimmt dann also nicht mehr Wieso? Du hast geschrieben, dass es über ein Cloud-Bot nicht funktioniert Oh Ja Ja Es funktioniert, aber ich kann halt nicht so einstellen, wie ich's will Wie gesagt, Streamlef Chatbot, bester kostenloser... BOT BOT Am besten nur... Ach, da hat was gekostet Ja 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 Wegen Streamlef Chatbot Oh, das Selbstprogrammieren Und bei mir funktioniert ja auch nicht... Mach mal Red, du bist immer noch nicht im Ziel... Naja, die mag ich nicht... Also von Profis in wenig zu sehen... Also ich glaube... Ich bin das Ding trotzdem... Wissen Sie was das Problem ist? In der Hinsicht hat er recht Aber nur in der... Nee, so Rasen... Du auch schon... Fünf Schläge habe ich nur noch... Na, setz mich zurück, warum dauert es mir so lange... Alles klar, guten Hunger, Lord, lass es dir schmecken... Eingelocht Ja Alter, komm Mir reicht's wieder dazu Pizza, überhole jetzt Die Musik... Singen... Kacke Ich probier aber gerade Ding zu überholen Ich möchte Erster werden, das schaff ich noch In den Kugel, das kommt... Kommt besser Ich überhole noch alle... Das... Das ist ja nicht... Nein, überhole ich euch am Ende alle... Pass auf... Machen wir die Hexer, sonst habt Null... Immerhin habe ich hier die ganzen Gewinnspiele gesponsert... Also nicht alle, aber eins... Das andere... Das hat gar nichts damit zu tun... Und Minecraft will keiner so richtig... Warum nicht? Minecraft hat... Ist doch cool, das hat doch jeder... Weil jetzt jeder hat... Das ist genau das Problem... Alter, ich rasg gleich aus... Mal halblang, weniger Power... Aus der Butter wird gleich... Äh... Aus der Milch wird gleich Butter... Ich sag's euch... Warum nicht dann aus der... Man kann auch aus Müll sich Käse machen... Egal... Vergiss es einfach... Ich erkläre es dir jetzt nicht... Achso, das ist die falsche Richtung... Ah... Jungen würde auch gehen... Pies ist schuld so... Warum... Warum er... Warum er... Irgendwer muss ja... Schuld sein... Ich mag dich schon wieder... So... Jetzt aber... Gib Gummi... Warum wird's denn immer oben rum... Er geht jetzt erstmal baden... Mit Gefühl... Gefühl... Das war Gefühl... Nein, das war kein Gefühl... Doch, doch... Mit Gefühl meinte ich... So ganz wenig... Ein Millimeter... Ja, ein Gefühl... Siehste... Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst... Ganz ehrlich... So... Ach... Immerhin... Mensch... Zehn... Ne, 11... Ich komm immer näher... Ich bin beide zweiter Platz... Bein bin ich zweiter Platz... Tschüss... Ihr Wichs... Oh... Ich hab's fast geschafft... Ja, ich fahr grad... Äh... Ne Wiese entlang... Ist doch schön... Ich wollte grad was sagen... Was ich glaub ich nicht hätte sagen dürfen... Was denn da Wind... So, easy... Wow... Zu schnell... Zu schnell für mich... Nicht da rausfliegen... Nicht da rausfliegen... Warum springt der gerade? Okay... Ich geb nochmal Vollgas... Ey, komm... Wie soll man das mit zwei Schlägen schaffen... Nein! Bei meinen Beinen unfähig... Hätt ich das geschafft... Nico... Vollgas... Was? Die Strecke... Ist nicht... Da wo du warst... Gib mal Vollgas... Ich glaub das hilft... Was denkst du was ich seit... Anderthalb Minuten mache? Du hast ja doch ein paar Schläge übrig... Sehr motivierend... Werd bitte nicht Lehrer... Danke... Acht... Oje... Ich hätte auch nicht vor... Lehrer zu werden... Ich hab dann Bock fliegen mit... Ich hab meine Schwester... Die ist leere... Und wenn wäre ich kein guter Lehrer... Ich würde nur die Kinder anschauen... Die ganze Zeit... Und Filme gucken nach... Das kenn ich... So... Genau... Psychologisch wertvoll... Beispiel... Im Biologieunterricht... Schaut man Ice Age... Erderwerbung und so weiter... In Mathematik... Schaut man... In Deutsch... Sprachfehler... So... Jetzt brauche ich langsam hier Licht... Geil... Ich bin gleich weiter Platz... Wenn zu weiter gehen... Oh... Was hab ich denn gemacht... Aus Versehen... Obst... Es geht noch bisschen mehr... Was war das? So geht die... Okay... Die mir passt mich... Die mir passt mich... Die mir passt mich nicht... Okay... Dann muss ich wieder einen Winkel... Abpassen... Na Red... Komm komm komm... Ich hätte nichts sagen sollen... Ach komm... Was soll denn da die Kacke... Nicht aufregen... Schmeißer... Du wirst mich aber auch... Aufregen... Weil du spiel mich hast... Sechs Schläger... Wow... Jetzt komm 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 komm... Du schaffst trotzdem... Das Loch... Beschämend... Alter... Ich suche mir gleich mit dir... Ein ruhiges Örtchen... Ich glaube ich gewinn dann... Nee... Ich wieg ein bisschen mehr... So... Oh nein... Nicht mehr als jetzt oder? Okay... Dann machen wir wieder die Tron-Strategie... Mit Gefühle... Die Idee war eigentlich... Gefühlsdoter Mensch... Die Idee war... Dass du... Nicht mal hier bist... To rushen... Wenn's gut ist... Was für ein Russland? To rushen... Wenn's gut ist... Ey... Meine Maus hat gehangt... Schon wieder ey... Ich glaube... Das ist ne Ausrede... Ja... 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 Ich könnte auch sagen... Meine Maus hat sie auch gehang... In diesem Spiel... Und das finde ich besser... Ich warte... Ich liebe dieses Spiel... Es liegen schon im Ziel... Nee oder? Noch lange... Ich... Bis am Anfang... Okay... Warte mal... Jetzt bleibt doch mal stimmen... Nein... Ich bin ja niemand der ausrastet... Doch... Ration... Ausrasten ist was anderes... Nein... Ach... Oh... Zu viel... Oh nein... Wow... Dieses Gras sieht so schön aus... Oh... Hi... Mann... Ich tue ich Scheiterin daran... Wow... Das ist ja auch nicht gut... In Throns Augen stehen die Balken richtig... Aber so ein Leck... Das... Stehen die Balken schon wieder falsch... Also ich glaube ich bin besser als Nico... Recht... Wow... Ich hab keine Schläge mehr... Ja... Siehste... Wie kann er denn noch... Mehr als... Sechs Schläge übrig haben als... Hä? Wie? Kann man diese Pizze da entfernen... Ich krasse aus... Schlag wenn sie... Undurchdringbar sind... Und für 23... Ey... Nee... Können wir diese Runde... Diese komplette Runde... Bitte vergessen... Danke... Oh... Wow... Ich wurde zerdrückt... Ich wurde im Boden gebackt... Gut... Volle Bude... Nein... Alter... Krass... Hä? Wieso wurde hier zurück... Hä? Ich hab doch geschafft... Nein... 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 Ach Mist... Ey... Ich sag mal... Bin ich blöd oder so? Ja... Ihr redet keiner... Teil kommt da... Du musst höflich zu mir sein... Mann... Ich hab Abi von 1,2... Also jetzt Ruhe... Machst du 1,2... Die Kuh oder... Abi... Achso... Geh nicht wie ein Freund... Fech... Alter... Nicht frech wie ein Freundchen... So jetzt... Jetzt aber hier... Ja... Ich darf das... Vielleicht noch hier so bin... Ja... Ich muss noch... Wenn meine Taktik aufgeht... Ach Greg... Du bist noch nicht weiter... Was ist denn da los? Ach... Ich hab mich sagen sollen... Hätt ich nix gesagt... Wär nix passiert... Ne... Ich will erst sein... Ja... Ich lege... Ich lege... Mehr Rekord... Mehr Power... Oh... Kein Klugreißer... Ändern... Ruvik liegt schon... Keine Sorge... Ach Gott... Naja... Geht doch... Ich glaube ich schaff's doch zum... Zweiten Platz... Piz... Ich hoffe... Du hast jetzt einen fetten Disconnect... Nein... Mein Internet ist gut... Noch... Ähm... Und wer steht zu dir... Streaming... Ich hab ein 30er Ping derzeit... Also... Besser geht's nicht... Möchtest du eine... Samte Behandlung mit... Mit einem Backstein... Oder mit einem Ziegelbrett... Ähm... Was ist... Was ist... Was ist ein Ziegelbrett... Das läuft gut... Ein spezielles... Brett... Mit Nägeln dran... Jetzt weiß ich... Ein Nagelbrett... Gerne... Alter... Ich hab gesagt... Wenn ich einen Klugreißer brauche... Das ist ein Brett mit Ziegelsteinen dran... Und... Und... Kann auch das Brett werfen... Mit den Nägeln dran... Also... Kann das... Du hast die Nägel werfen... Das Brett... Welche Nögel werfen... Du hast die Nägel werfen... Welche Nögel werfen... Du hast die Nägel werfen... Kann die Nägel auch einzeln werfen... Also... Ach komm... Ist doch... Kackiges Loch... Muss sein... Dann geht's besser... Genau... Nico... Niko geht's mir genau grad auch so... Direkt am... Hahaha... Dieses Spiel zerstört... Freundschaften... Ist das Logo... Äh... Fortnite zerstört... Freundschaften... Das auch... Jede Spiel... Und meine Tastatur... Aber das ist ne andere Geschichte... Oh... Verdicht... Jaja... Wie kann der die Tastatur... Freundschaften zerstören? Was kann... Was ist Freundschaften zerstören? Tastatur... Ach nö... Ich hab nicht Tastatur gesagt... Was hast du dann gesagt? Ich hab Fortnite gesagt... Hör mal zu... Oder geh mal zu Knoll... Guter... Guter Akustiker... Warum... Hat er so dicke Eier? Ich bleib da immer hängen... Er muss mal... Ein bisschen massieren... Er geht so richtig... Hör mal zu... 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 Nein... So will das nix mein Freund... Äh... Ja... Ich renne mir nicht drüber ok? Renne mir nicht drüber... Hi, wie geht's? Easy! Scheiße, sind wir geschlogen! Ich kotze im Strahl, ey. Danke, aber nein. Jetzt fliege ich aus dem Map. So. Kann ich mal die Musik abstellen? Ja. Machst du doch leise, es kräpt mir nicht. Double boogie. Warum? Ich hab keine Schläge. Ein Schlag hab ich doch noch, oder? Ja, ich muss mal Lichter machen. Du schaffst das nicht. Scheiße, er schafft das. Christian Panzertape. Da liegt mein Ball. Ja, komm. Du musst weiter. Reden wir doch nicht drüber, ne? Ja, ich bin dritter. Mit meinem Bildrahmen das ein und ich schick das hier hin. Aha. Ich glaub, jetzt wird's mal Zeit für ne Workshop-App. Jetzt wird's mal Zeit für das... Pizza. Nein. Es ist Connected. Winter Olympics, das ging doch super. Oh Gott. Du willst mich doch nur treuen, ey. Ganz ehrlich. Nico ist böse zu mir. Du kriegst noch. Ja, ich bin böse zu dir. Ja, komm, komm. Profi, kannst du mir später gehen. Ich hab aber neun Hunde da. Tut mir leid. Egal. Jetzt weiß ich, warum du nicht so gut in Mathe bist. Du weißt schon, dass... Ich hab drei im Mathe, ne drei. Das tut sich nichts. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ich beobachte das Windrad die ganze Zeit. Ja. Hängt. Hat so einen coolen Effekt, so. Ah, jetzt. Ähm, schöne Mess. Das sieht spaßig aus. Boah. 12 Schläge. Warum ist die Map so hell? Achso, ihr müsst nur runterladen, deswegen dauert's. Ich muss erstmal mein Bildschirm unterstellen. Die ist so hell. Also, die Map ist... Naja. Sehr schneehaft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, als die Winter-Olympics... Die Leser. Es gibt auch Winter-Olympics ohne Schnee. Was hast du eigentlich an dem Satz nicht verstanden? Wenn ich Klugscheißer brauche, ruf ich dich. Ich... ich... ich antworte auf jeden Namen. Also, wirklich auf jeden. Ist egal welcher. Also, fast jeden. Auf Fragezeichen. Wer muss denn noch laden? Das Weiß ist so hell. Ich. Ich auch. Was für Weiß. Bei mir sind da Männchen und bewegen sich auch halt. Ja, und darunter rum ist überall Weiß. Bei mir ist auch alles Weiß. Wow. Weil mein je, ich hab mir so ne schwarze Stift ausgefüllt. Wo muss man lang? Er hat jemand Katz des Weißen. Okay, das war zu viel. So, Haare sind wieder kurz. Was? Luke, was ist denn da los? Was ist bei dir kaputt? Ich wollte gerade was sagen, aber ich hatte nur eine. Wie gesagt, wegen Klugscheißer brauche ich dich. Aber ich darf doch auch sowas sagen einfach. Alles gut. Ich bin selber der größte Klugscheißer. Okay, das geht natürlich auch einfach durch den Web fliegen. Du bist noch nicht im Ziel, was ist da los? Easy. Ich guck mich halt erstmal um. Hä? Luke, hast du dir die Haare abrasiert? Was ist denn bei dir los? Ich hab doch ne Glatze. Es gibt Menschen, die in Glatze stehen würden. Skinhead. Wie bin ich, warum bin ich jetzt? Wie geht das? Du hast zu viele Schläge gebraucht. Warum kann ich auch nicht Zweiter sein? Wenn jeder Zweiter ist, will ich auch Zweiter. Wo ist eigentlich das Ziel? Ich schaff, ich kann auf der... Gut, wo ist das Ziel? Nicht da, wo ich bin. Ich mache keinen Adam's cosplay. Nein, du doch nicht. Was ist das? Von deinem scheiß Merk... Das war zu viel. So. Jetzt aber. Erinnert mich an Stardew Ready? Und das nicht. Stopp. Ja, easy. Ich fehl' die Fahne. Minuspunkt für die Map. Ich bin noch letzter. Ich drehe durch. Er verdient letzter, würde ich mal sagen, ne? Nein. Also ich lache, wenn du jetzt noch letzter wirst am Ende. Ich lache. Ach ne, wirklich jetzt runterrutschen. So, hoch, hoch, hoch. So läuft das. Ich rutsche, ich roll' nicht mehr mehr. Ich rutsche runter. Na! Welche Generation hat diese Map gemacht? Der Eis mag. Was ist denn da los? Also ich bin im Loch. Also diese Lebkuchen-Menschen machen mir Angst. Das sieht aber auch lecker aus. Warum? Easy. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Easy. Wow. Hä? Wie ging das denn? Ich bin noch aus dem Loch. Ja, das war ein Bug. So, mal gucken. Los geht's. Okay, ich bin jetzt hier oben. Aber falsch. Ach, wir müssen da rein. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Na toll. Will er präzise sein. Kann ich ja super. Ich geh auf den Dach. Oh, doch, ne. Ich geh runter. Und durch. Und durch. Nicht durch genug. Okay, das war zu schlapp. Ja. Ah, ich bin trotzdem reingekommen. Cheater, du. Wieso dauert das Wiesbohr so lange? Ach. Das ist auf Arsch, ey. Mann! Warum bin ich auf dem Dach? Wieso? Toll, jetzt bin ich auf dem Dach. Soll ich jetzt runterkommen? Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Gefühl. Aber noch ein bisschen. Oh, jetzt ist ich wieder hierher. Oh, du hast es denn gedrückt. Ich hab nicht gesehen, dass es losgeht. Puh, drinnen. Also, ich komm erst in fünf Tagen. Ah, ich bin drinnen. Ähm. Gut, wo geht's denn? Ey, wie klar ist man wieder zurückspauen? Geht's denn? Ja. Oh, okay. Wie geht's denn mit der Wand auf? Ganz eins. Ich will mal wieder so schön spaß. Hm. Hm. Okay, dann. Und hoch. Komm. Ah. Ja, geht doch. Mensch, warum nicht gleich so? Wo ist denn das Scheiße? Du bist ein bisschen spannend hier, ne? Ja, wir wollen es natürlich immer spannend machen. So. Ich warte schon so lange, wo bleibt du denn? Alter, wenn du jetzt noch einmal so ein Spruch klopfst, Reg. Wir genießen da auch. Ja, komm. Acht Schläge ist okay. Das kann man vertragen. Wieso? Alter, keine Schläge mehr übrig. Ich geb dir gleich das Schlagstil. Negative Besatung auf Stil. Nico wird's weiter, was? Tja, ich hab's denn vorgedacht. Ja, ja, komm. Achso, okay. Dann kann man's verstehen. Das wäre jetzt schon ein Weltwunder gewesen. Ne, das ist auch ein Weltwunder. Das war jetzt Scheiße. Da sitzt du immer auf Eis. Hä? In dem Moment, wo ich da rein will. Ach, das ist ein Brett vor. Ja, ja, ja. Das hätte ich hier schon sagen können. Das hätte ich hier schon sagen können. Ah, okay. B. C. Was hier ist schon das Loch? Ja. Also ich, ich, ich erkunde mein Web. Sehr schön hier. Ja, ja. Sag ich auch immer. Ja. 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 Ja, ich bin drinnen. Ja. 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 Ich mag die Map irgendwie. Ja. 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 Ich glaube, du magst es nur, weil ich letzter bin. Nein. Hat nichts mit dir zu tun. Hat einfach eine Motivation, dass ich gar nicht schlecht bin. Für mich bist du keine Konkurrenz. Also in der Sinne. Ja. Ja. Von der Konkurrenz. Alter was ist denn? Sag ja jetzt. Und die nächste Web ist in der vierte. Na so schnell geht das nicht. Guck mal, du hast nur 50. Ich habe eine. A na. Oh. Also. Ich bin mir nicht sicher, aber diesen Web ist wirklich einfach. Glauben, das hättest du auch schaffen können. Dach der, der 50 Schläge bisher gebraucht hat. Ich hab's nur zwei Schläge. Sorry, aber den musst du zu sein. ich habe einfach nur dieses spiel okay ja ich verstehe gebraucht hallo meli mori meli wie geht's dir ihr müsst alle jetzt auch für netto sein zu nico dass er die letzte wird wie gesagt wir suchen uns einen ruhigen ort und dann zeig dir mal was 92 kilo ausmachen können ich glaube ich lebe nicht mehr lange ich hoffe es los gut ist ganz gut die nico bleibst du ich bin schon unterwegs keine sorge ein bisschen zu zart bringt auch nichts es war auch okay sieben schläge ist okay ich schaffe das auch ich habe das auch ich schaffe das auch ich schaffe das noch okay das war scheiße gefühl man besser gefühl ja ich bin weiter vorne als du ich sag mehr gefühl habe ich naja gut links oder rechts ok diese eisrückgespiele sind alle gleich aus man muss das tor hallo ja man muss ja wissen ich habe gesagt in der mitte war so ein blaues ding war da muss man rein das war zu viel gefühl das das hätte ich nicht zählen dürfen war gut das hätte ich nicht zählen dürfen du bist dagegen gerannt also wenn du so weitermachst müde ich mich gleich du musst ins tor in die mitte Tor 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 langsam ist präzise und präzise ist schnell das war gut das war gut ich bin mir ganz sicher das spiel hasst mich einfach nur abgrundtief dich hasst das vier euro für ein spiel was die hast du auch hör doch mal jetzt auf sind nur vier euro vier euro von zehn damals bezahlt klar warum hast du zehn bezahlt denn das als anfangs raus kam ich habe acht euro bezahlt ja noch mal ein drehen wir weiter ich habe zweimal gekauft ok 47 ist interessant dritter kommen wir jetzt easy das ist ja so eine blacklist wo mein name drauf ist wie ich auf der seite so stark so stark genauso wie ich auf der blacklist von der afd bin und twitter account warum bist du auf der blacklist bei denen na ja wie erklär ich für möglich der fdp reicht das okay ernsthaft du bist möglich der fdp natürlich setz mich für soziale programme ein so ich dreht mal die sonderrunde so jetzt reicht aber langsam hier müssen paar vier und ich bin noch und ich bin auch noch neben ziel aber fast ich bin unterwegs ich weiß gar nicht wie viel ich brauche kannst du das mal nachgucken du hast jetzt sieben so sprung akkus das war wohl nichts wenn ich hier richtig oder falsch wenn du auf dem blauen bist bist du richtig ich glaube ich bin falsch bin ich jetzt komplett blöd oder wo muss ich hin ok da gehst lang da gehst lang ich bin ein paar meter weiter ich bin komplett los ach nee das ist ja nix hier ich komm kurz wie weit ok wie soll man diese map in sieben schläge schaffen ich glaube nach der runde bin ich dritter wieder ich glaube ich bleib letzter für die ganze runde oh ja ich bin dann der dritte ich habe gedacht da ging es lang nein da brauchst du voller körper wow wenn ich fliege geht das ding zu im bau schießen wäre das gut gewesen ich bin eigentlich der letzte der noch hier unterwegs ist oder gibt es hier noch jemand ok ich fliege drüber ok halb vollgas halb vollgas halb vollgas die spawnen auch schneller so ich kann festlegen ja ich hab gedacht ich das schaffst du überhaupt noch jemals noch heute ich weiß es nicht ja ich die geschwindigkeit habe ich jetzt brauche ich nur noch die öffnung zum perfekten moment du hast abgezogen x ich habe zwar keinen abgeklärt ich bin doch jemand oder schaffst du nicht wir haben keine 16 mehr wir haben noch 12 pflege achso achso also hat es keiner nicht mal geschafft oder wie Thron hat noch einen das wird jetzt der finale schlag er schafft ihn wenn er ihn schafft er kriegt 100 euro ok ich war so glücklich dass er nicht geschafft hat und zwar jetzt 100 euro weniger hätte ich jetzt 100 euro geliefert die die eine schlechte Runde für alle aber ein gewinn 5 keine Achso, musst du einfach nur da... Achso, okay, das wird's schön. Ja, das geht. Okay, das ist sehr weit zurückgeblieben. Geh ich mal schnell neue Akkus holen. Hallo? Ach, man muss bloß hier rein, weißt das die? Ach, man muss das ja wissen. Toll. Gut. Ich möchte unter der dreistelligen Zahl bleiben. Dann muss ich mich beschämeln. Einfach mal Volleyball raufbauen. Und ich hab's zu genügend. Das Spiel droht mich doch. Ach, jetzt gehen wir komplett zurück. Achso. Im Nachmacher. Brauchst du alles dann machen. Das ist doch meine Idee, du hast... Mein Plan, das war eigentlich mein Plan. Nee, nee, ich war eher unten als du. Haha. So, jetzt probier's doch mal. Jetzt... Ja. 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 Wir haben unsere Chance verpasst. Unser Kaff hat 30% von den Stimmen gehabt und 40% hätten wir gebraucht für Glasfaser. Ja. Wir haben da die ganze Stadt... Ja, ich muss 100% Glas, was da beim Stick Kupfer ist, ist das total klare... Nein, die hätten die ganze Stadt umgebaut, kostenlos. Hätten 40% Leute da wären dafür gewesen. Aber die waren ja so blöd. Warst du auch dafür? Klar, ich war der Erste, der den Vertrag abgeschlossen hat. Wer liebt denn nicht schnelles Internet? Ja. Vor allem in einem Land, wo schnelles Internet eigentlich nur ein Traum ist. Die Grafrika hat Besseres als die wir insgesamt. Ja. Also ich darf mich nicht beschweren, ich hab ein schlechtes Internet eigentlich. Ich hab auch Schlechtes. Ich hab ein Megabyte pro Sekunde, wenn's hinkommt, drei höchstens. Wo muss ich denn los? Achso. Drei Jahre pro Sekunde ist wirklich los. Er ist gerade zu dünn gemacht, das ist wieder zu dünn gemacht. Ich hab auch zu heulen, ey. Ich hab 1,5. 1,5 was? Ja. Lot, was denn sonst? Thronbeitz. Thronbeitz. Thronbeitz, wow. 7 Schläge, mein Gott. 1,5 Kilobeitz, das ist doch ganz viel. Okay. Vorsicht, mein Freund. Langsam nervt hat. Das war echt das Spiegel. Wann haben wir die Grenze über überschritten, kannst du jemanden? Jetzt! Achso, ich bin auch schon auf der Map. Achso. Okay, das bin ich dann wieder. Wow. Du seid ja eigentlich schon an diesem Ziel. Alter. Achso, okay, Schluss. Äh, weiter auf. Ich war gerade abgelenkt. Ich bin nicht der einzige, der hier noch draußen ist. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ganz, 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 ganz viel Gefühl reingehen. Ganz schönes Gefühl. Ja. Schönes Gefühl. Ölpflege. Servus. Ist das jetzt im Ernst passiert? Willkommen im Club. Ist mir 5 Mal passiert. Ne, es ist 3 Mal. Oh, noch ein Steam kostenloses Spiel. Was ist das nochmal? Will Glow the Wisp gibt's auch bei Steam kostenlos. Keine Ahnung, was ist das. Ich rass gleich aus. Schon wieder die gleiche Scheiße. Das Spiel hat keine positive Bewertung verdient. Wieso hat er immer noch weniger Pflege als ich? Wie? Daraus ist viel. Ach. Bis seine Leitung sein Signal durchgedrückt hat, vergeht halt viel Zeit. Deswegen hat er weniger Pflege. Ich bin immer nach 28. Platz. Jetzt noch ein letzter. Hast du okay, schon weiter? Ich bin aber nicht der einsigste in der dreistelligen Zahl. Ich freue mich. Oh, fuck. Ich bin schon so im Auto-Code, den ich hier nicht entziffern kann. Ach, meine Worte. Ich hasse dieses Spiel. Wieso habe ich ein Jahr gesagt, mitzumachen? In der Tat hätte ich geschlafen können. Keine Ahnung. So. Kloppa. So, jetzt da runter. Andere Seite. Und jetzt? Geknistert irgendwas. So, jetzt. ganz gefühlt haben. Hilfe. Hilfe, ich bin im Boden. Prozent da ist der Spiegel 2 okay dann kannst du mir die Gastronomie gewesen die hängen geblieben und dann rausgeflogen dadurch so ein Punkt hoch und dann wieder runter okay das war cool scheiße Birdie zwei Schläge wie wie einmal runter einmal hoch ich weiß wohl Taktik okay Juhu weil es noch geht, dass ich es vielleicht nicht letzter werde in dieses Spiel Nein, ich unterscheide nur drei Schläge zum Drohnen Mit diesem Spiel mache ich nur ein Büsen Wach So, ich mache jetzt volle Bulle Geht das? Ach, das geht Wow Acht Schläge 102 Ach Gott, ich bin mir begraben Oh Sehr gut Uppsala Du hättest der einzigste ohne dreistellige Zahl So geht's nur lang Egal Und los Oh, das Oh, das Okay, da ist das Ziel Okay, da ist das Ziel Nein, nein, nicht darunter Nicht Darunter Nein Das ist jetzt nicht Ach, nix? Ach, mein doch, das ist erforscht hier Gut, ich kriege mich mal durch die Spieler durch Na Ich bin gerade ein bisschen stolz, dass ich das erste Mal geschafft habe Das erste Mal im Leben Er nimmt so viel Fahrt auf beim Unterfahren Jetzt Wie ist Käppi? Er schwebt förmlich über den Ball Ja Also die Hitbox des Käppis verträgt sich nicht Warum hält er denn nicht an? Das sieht aus, als würde das Käppi dafür sorgen, dass du nicht gebrochen wächst Der hält nicht an Der wird nicht zurückgesetzt Gibt's nicht nur Zurücksetzen-Taste? Nee Jetzt aber jetzt, es kommt Doch, Reset ist R eigentlich Jetzt, oder? Nee Jetzt also Aber R funktioniert dann hält er an Also, also R Ja, irgendwie sinnvoll mit R und Reset Ja Okay, das könnte ja so gerade werden Ich muss wenigstens in diese Box da rein Ich bin doch ein bisschen bittiger Jetzt, uh... Jetzt, uh... Ja, uh... Ja, uh... Ja, uh... Golfe für für Friends Jetzt, uh... after... Nö. you have no friends ... Wie schafft er das immer? Wie schafft er jetzt immer weniger Schläge zu haben? Wie? Oh, noch da. Jetzt im Kino. Golf of your friends. Internet connection lost. Der dritte Teil. Der zweite Teil. Irgendwie ist da ein ganzer Punkt auf dem Bildschirm gestört. Das stört sich gerade extrem. Ähm. Er fährt zurück. Zweiter Teil. Golf of your friends. Der hat keinen Bock mehr. Der Chat ist leer. Wie? Nurblick. Leu. Also das ist cool. Okay. 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 Blacksmith. Okay. Achso. Achso, da rein. Ah. Oh. 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 Oh, 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 oh. Hätte nix geben. Hm. Warum ist am Weihnachten mal ein Erster? Weil er schwul ist. Spaß, na? Jedes Kind, was im Stream dabei war, wird bestimmt eh keins. Er hat jetzt ein Kindheitstrauma. Ja, du hast das Leben. Morgen beim Doktor, was ist denn dein Problem? Ja, ich glaub am Weihnachten mal ein Schwul. Och Gott, ich komm da nicht mal jetzt noch rein. Ich bin eine Banane anheb. Der ist in meiner Zeit so schwarz gebräunt. Der hat immer so lange in der Sonne. Der wurde im Ofen vergessen. Ah, er ist so stark. Scheiße. Die Entwickler machen sich sehr viel Mühe bei dieser Zeit. Einfach Copy and Paste. Ich komm noch nicht mehr hoch. Dann musst du den Song machen noch mal hoch. Ich fisch auf. Warte, Winkel und rein. Okay, noch nicht. Ich fisch auf. Ach, jetzt bin ich der Letzte. So, erstmal hier hin. Dann wieder vorbei. Mitgefühl, 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 mitgefühl. 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 Gut, Ripp. Kein Schläge mehr übrig. Mit einer Strafe von vier Schlägen. Ja, toll. Ah, zweiter. Juhu. Juhu. Ähm. So. Wow. Wenn ich schreiben will. Warte das. Wollt ihr noch einen oder nicht? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Irgendwas, was, was. Irgendwas. Keiner kennt. Irgendeine Map, die unnormal schwer ist. Die jeder hasst. Und danach keine Freude mehr hat. Worms ist super schwer, aber die mag ich nicht. Weil die super schwer ist. Weil die Space Station ist auch lustig. Raumstation auf deutsch. Sorry, ich hab mal eine Farbe gewechselt. Und die Dings drauf. Können wir nicht einfach alle rot machen? Ist doch schön. Das sieht schwer aus. Oh ja. Ist auch cool. Da gibt's viele von diesen kackschwarzen Löschern. Ist hier nur eins. Also ein großes. Das sieht sehr gefährlich aus. Benutzer definierter Modus. Modus. Und der erste Schlag. Und da ist gleich. Holmon. 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 Oh, jeder Holmon. Ich hab mich niemals fertig. Ich spür's. Was ich hab den. Ich hab den. Also jetzt bin ich mal erster. Also. Okay. Vergessen wir es mit dem ersten. Ich hab gleich schon wieder komplett einschlafen gekauft. Ähm. Ich hab einfach nur komplett schwarz. Und es ist verpackt. Wow. Wow. Okay. Hi. Das geht's. Also. Es. Ich hab einen guten Anfang. Uh. Alle grün. Und. Natürlich. Ich bin der erste. Warum auch nicht. Weil das Spiel. Ach man muss es hoch oder wie. Achso. Wieso. Okay. Wie soll das funktionieren können. Volle Bulle oder was. Volle Bulle. Ach. Herr Scheißhafen ist nur noch. Juhu. Ja. Wo muss ich denn damit. So. Und. Nein. Trotzdem. Ja. Ich muss irgendwie anders sein. Weil ich. das kommen so nicht rein. mehr so. Das war zu viel. Das war auch zu viel. Thron genießt die Aussicht. Ich posi. 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 Falsches Rohr. Aber egal. Wow. Mit über neun Paar. Ah. So. Ich hab mein Rätsel heulich geschrieben. Mal schauen, was rauskriegt. Was ist das? Rätsel. Sieht aus wie die Matheaufgabe. 7,5 mit 9 0 geteilt durch 3.840 minus 650 ich rechne das mal aus. Taschenrechner, wo bist du? Taschenrechner? Na, den Kartendi jetzt. Ne, egal wie in die Map geht. Wo muss man hin? Ja, runter und dann... Ah, achso, achso. 0,00, ne, 0,007, Dank Gott, die Rätsel. Oh, so weit geht's. Ja. Ähm. Ähm. Mann, das war sollte ein Ausruf sein sein. So. Noch... 35. Mal... ein paar... Gut, äh... Ah, alles klar. Sag mal Auflösung, ich möchte ich... war als ein Paul zum... Wolf vor der Hütte hab ich gewonnen. Toll, toll. Weil dieses Ding wäre ein Hole in One gewesen. 3... Oh, ich schaff. Ah, ich schaff. Birdie. Ha, ha, ha. So. Aua, 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 aua. So Stampfer sind nichts für'n Drohnen. Was Holz vor der Füße habe ich... Oh, er kam gut durch. Eis. Ne, ich versteh die Satze. Ich bin so jung dafür gewesen. Ich bin so jung dafür gewesen. Gut, 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 gut. Ich bin wieder... Bitte. Kriter. Wie soll das funktionieren? Wann mal. Hast du die weh? Alles klar. So funktioniert das schon mal. Ah, so. Oh, es ist ja gut. Cool. Gefällt mir was Level. Ist so viel. Beruhigt, ne? Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Uh, ist doch stark gemacht mal wieder. Wow. Klopp! Baaah! Was machen Sie da raus? ich weiß wo dieses loch ist okay gefühlen ganz 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 genau und dann war es schon wieder raus das gefühl musst du beibehalten durchgehend vorstelle das eine zarte blume wäre ja er er die kreuzer einfach drauf e ach so ach was du, das ist ein breiter Arzt pass auf schwarze die ziehen dein ball in zentrum versuche sie als gravitation okay das ist okay ich bin zu fahr für die scheiße hier außenrum der spurt mich immer wieder wo meine fresse ich bin ja keiner der ausrastet na nein wie kommst du da auf der bd ist es viel schlimmer okay okay das da recht damit rechtlich okay doch hat nein okay okay das spiel hast du nicht ich merks okay das spiel okay das spiel hast du nicht so jetzt reicht es ich gehe jetzt außenrum ja du bist das hellblaust du bist zurückgegangen ja komm jetzt reichts mir hier ganz ehrlich spiel mag ich nicht mehr hast wohl in physik nicht aufgepasst physik war mein leistungskurs am aw ja mit einer sechse 1,0 golf in two friends das spiel mit freunden immer noch besser als pizza naja immerhin nicht verlassen ist doch nicht schwer das war jetzt aber kein was gegen mich das fand ich jetzt nicht so schlecht das war was eigentlich alle gerne jetzt mal ganz ehrlich was das besser hinter mir hat das schnitt bedeuten ich werfen na oh fuck ich muss für ein ehekomplex bereit sein ja recht gehabt das ist ja wirklich hauer scheiße ey alter ich bin ja nicht ausrasten also ganz ehrlich wie oft du es noch fachst mann das gibt es nicht das denke ich das denke ich ich bin lieber mal ein karten regenbogen schräg habe ich mehr davon also ganz ehrlich ich weiß nicht wie das festlegen ja oh scheiße oh sieben aaah musst du für die jungen gehen mal da oh so stark so okay einfach augen zu und durch ne habe ich gehört ja zum richtigen zeitpunkt oder man haut halt zu viel das ist ja auch nicht so gut okay nur so ein bisschen nein 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 ich bin rosa gefangen ja 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 also ich würde sagen es wird nur von karma glaube ich in meiner sprache ja und ihr meistens am acht schläge ist okay so jetzt werden die schnitzel geklopft ja au oh schon vorbei oh oh sei es ach du scheiße ich muss mich anstrengen dass ich nicht lässt wieso hat mich geblendet in der Zeit okay oh hä na scheiße ich weiß warum ich glaube ich habe eine idee mit strategie nein ich bleibe ich in dieser kann man uns essen nein war perfekt nein also ganz ehrlich ich hasse dieses spiel ich hasse es nicht es wird nur langsam ätzend ist es eine andere definitionsklasse wenn du jetzt noch näher ich habe es geschafft ich habe es geschafft ramm ich nicht sonst ramm ich zurück ach ja dabei ja was ach ja ach ja ich habe es da wie das spiel gerade ich habe ich habe es da wie das spiel ich bin aus der anderen app ich habe ja jetzt nachdem wir Der dritte Danke fürs Kompliment übrigens Ich bleib vierter und weil es auch immer bleiben Ich bin nicht so negativ hier, ne? Ich bin nicht negativ, ich sag die Wahrheit Komm, warum? Dieser Ball ist Betrug, da hat es so ein Marquet drin Dieser Ball ist Betrug, jetzt suchst du schon wieder einen Fehler woanders, ne? Wie soll ich sagen, du bist schuld Ne Also Der Fehler sitzt immer davor Nicht mit dem Luftstrom, damit kommst du nicht um die Kurve Du musst rechts vor diesem schwarzen Loch Wenn's nicht pustet Warten und dann Ja Und machen wir so, ja Hört's auch Mit roher Gewalt kommst du ja nicht weiter Ich kam auch weiter mit roher Gewalt Nicht Ihr hohle Gewalt So macht man das nicht Im Leben kommst du ja auch nicht mit roher Gewalt weiter Naja, eigentlich schon irgendwie Naja, bis spätestens vorm Richter Ach, wenn wir den da an Richtig ein Äh, eigentlich sag ich dir was nicht Na gut, wenn du Geld bei hast, dann funktioniert alles Ich hab Boah, er hat sich von Mikulack am Platz Achso, da geht's runter Okay, warum sagt es nur keiner Na, das war ja nicht so gut Wuii Leine Biene Tolle Kraft voraus Zu viel Kraft voraus Das war's Nein, du musst dann wieder in die Röhre Achso Achso, Spielverdamer Hätten sie sein Wie oft willst du noch umgestrahlen kosten? Hm Dass deine Schuhe dreckig sind Die sind's doch Guck mal so An Räiche Ja, ist bei mir auch immer so ne Frage, ne? Oh, ich hab sogar ne Röhre getroffen Ja, wow Du kriegst ein Rohr von er Wow Ist ja nicht so, dass ich immer zweideutig denke, ne? Bei Red kann man sich nie sicher sein So, 7 Schläge ist okay Okay Okay, 72 Okay, 72 Das ist doch Im angemessenen Rahmen Bei dir ist nichts angemessen Aber was in der Mitte trifft, oder wie? Kommt man durch, oder wie? Von den Schmerzen noch Ich fühle mich überhaupt von Nico Also sagt der, der will ich auch mal auf Ja, komm, komm lass, ne? Ich darf, dass ich bin 16 Ach, du bist 16 und dann darfst du das, ja? Ja Das ist automatisch ne Berechtigung Jemanden zum Momben Genau, weil ich bin Alter, ich raste gleich aus Gleich muss meine Tastatur wirklich dran glauben Ich hab ja Ersatz da Ich hab Ersatz da Ich hab Ersatz da, muss ja So der alte von Windows XP oder auch so eine neue? Nein, das war perfekt und Ich hab mich untergebracht Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich noch gehen darf Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich noch gehen darf Bevor Nico Lärm verliert Ah, die hab ich schon verloren Wann? Vor ein paar Wochen Achso Also war ich nicht schuld Kannst du mal kurz deinen guten Freund fragen Achso, okay, dann war es nicht meine Schuld Okay, es war mit meiner Schuld, oder? Es geht jetzt nicht um den Server, es geht um anderen Ich erklär's dir privat Ich weiß nicht, was er gemacht hat Ich weiß es wirklich nicht Wir reden privat drüber Alter Alter Also ich hab so ne Vermutung aber gar Ja komm Ich bin jetzt hier Okay, dann jetzt rohe Gewalt Wie gesagt, Rude, du weißt jetzt, oder was? Ich hab gesagt, Rude, du weißt jetzt immer Nein, wir waren eben nicht Ah, wieder auf dem Aufzug Wie? Wie schafft das? Hä? Wie? Hä? Seid ihr schon im Ziel? Fragezeichen Weiß nicht, ich bin in irgendeiner mysteriöse Röhre gelandet Aber ich komm da jetzt hin, ja Gop, 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 Gop Im letzten Schlag Ich weiß nicht, wann ich im Ziel bin 8, 6 Schläge Ich bin nicht verletzt Schadenfreude hat noch nie jemand was geholfen Ein Traum, wo es war In gewisse Hinsicht Hast du auch geschaut? Das gibt es nicht! Doch, bei Roller Was das? Von der Ebene, ich kann dir bestimmt ne Auskunft darüber geben Oh, das warst du wenig, das warst du wenig, das warst du wenig Ach, geil Stopp, 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 halt an, stopp! Nein Nicht da raus, nicht da raus, nicht da raus, nicht da raus Nein! Alter, welcher Typ kommt auf die Idee in der Map? Ich war da schon drinnen Ach, Benno Ich war drinnen mit rausgekommen, scheine Oh, hier sind noch ganz viele Leute, hi Oh nein, ich komm wieder zurück Aber wir sind zu stark Shit Ah, jetzt bin ich der 1 nicht, ah ne bin ich Scheiße Ich fühle mich besser Nein Oh, shit, wir sind zu stark Stopp, 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 stopp Ah, perfekt Ach, hier sind wir zum Ziel Ja, mit 9, ey Übel Neun Schläge, yeah Ah, ich vergess das Oh, warte, ich seh grad, ich möchte mich aufhaben Also, das lang schubbelt Puh So Jetzt ist es zu schwach, ey, verarsch da will Man kann unten durch den Boden schauen Wow Wow Geil denn Man könnte die eigentlich nicht drüber fliegen Sorry? Nein, ich lass lieber Ähm, keinen Kommentar Ja Pssst, warum mach ich die Sony? Ich hab einen Creeper gehört, sie hat's gemacht Ach, da ist das Felschen, na ja, johl Ich brauch keine 3-Stelle gezahlt, ich muss das auch machen, oder? Ich glaube, Red hat sich vorbereitet Kann er mich geben? Der bestimmt sind über 200 Stunden Ich glaube, Red hat sich vorbereitet Kann er mich geben? Der bestimmt sind über 200 Stunden Ach, wo ich damals mal reingeschaut hab Da hat mich schon immer noch mal was gehabt, wie ich mitgespielt hab Dass ich über das Spiel nicht mal 5 Stunden aushalten Ey, das hat das Loch gemacht, ja Ach, komm, dieses ist das Oh, das Loch hat mich weitergebracht Ach, das Gut, jetzt da Ist eigentlich noch der einzige hier? Nee Ich bin jetzt im Loch mit Paar Nicht in das Loch Ey, das ist das Alter, komm, dieses Schwarzloch ist einfach nur Scheiiiipendleister Ich wollte was mit dir spielen Darf ich scheiße? Ja, ich darf scheiße sagen Oh Nein, krieg ich ja nicht in Ärger Ist Wow Wow Wenn du jetzt da runterfällst, Ball Ich fress dich Natürlich fällst du da runter Warum denn auch nicht? Hä? Hat er nicht hingeblieben? So Ähm Du hängst da Kann ich Hallo 12 Schläge Ich hab's gerade noch geschafft Ja, ich kann das machen Drück mal, ja 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 Passiert nicht Im Arsch-Kar Du hast gesagt, kann man uns rücksetzen Ähh Das rollt doch Das rollt für Fels 4 In der Wand Wie hast du das geschafft eigentlich? Eigentlich Eigentlich ist es eher zurücksetzen Passiert auch ne Sch- Einstellungen, schaut Ich schau kurz mal Einstellungen, Tastatur Ähm Zurücksetzen 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 Ähm Das gibt's denn nicht Und auch R Das denkst du auch den ganzen Drück, gell? Vielleicht hast du ne andere Taste eingestellt Ich verahne In der Minute 3 ist es vorbei, dann geh ich nochmal kurz wohin Dann Also ich beobachte diesen Film noch Oskar Reif Also inhaltlich ist er spannender Als Star Wars Ich diebe nach Hause Ich diebe nach Hause Ja Warte Ach Ich seh die Minute, du bist nach vorne Ich kann auch nicht mal die Ansicht wechseln Ich muss diese Wand anschauen Ach Hast du Star Wars gesagt? Jetzt kommt Star Wars Hardstyle Bei mir Okay, dieser Diese Szene die ich gerade sehe Ist inhaltlich Spannender Oder auch sinnvoller Als Ähm Ähm Disney Filme Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ich kenn nur Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park Willst du mir jetzt erzählen, du kennst nicht Fluchte Karibik? Okay, warte Ja, aber ich brauche Disney Filme Ich brauche Filme, die scheiße sind Und keine guten Filme Ähm Gleich ist es rum Ist Avatar ein Disney Film? Weil Avatar fand ich scheiße, ganz ehrlich Avatar ist kein Disney Film Avatar ist James Cameron Aber meinst du ist ein Avatar, Zeichen direkt für Avatar nicht? Geht er nicht weiter? Hä? Nichts gegen Avatar-Markensteine Geht bei euch ohne Benutungsz 2 einschlafen? Nee, Zeit steht bei Null, aber passiert nichts Ihr habt den irgendwie auch wirklich gesehen, ich hab den einmal gesehen, nie wieder nach Gibt ja 2 Teile Hm, demnächst und dann mal muss Avatar 2 rauskommen, nächstes paar Jahren Nächstes Jahr Den fanden ich schlecht Ich wollte James 1 gucken, danke Corona Das ist langweilig Titanic Ja, hier tut's gar nichts mehr Hast die Aufgaben Ich kann Retire drücken Was sagst du denn? Oh ne Da fliegt man ganz raus Naja, bevor sich hier noch wär, schießt mir mal am besten Schluss Achso, zu spät, ich hab mich schon erschossen Ich bin erster Wow Das ist traurig Traurig aber wahr Das sieht irgendwie cool aus, so rot-blauer Wald Ich bin erster Ich bin erster Ich bin erster